Heute soll es hier mal ganz kurz um die ganzen neuen XP Münzen gehen aus der Woche 4. Checkt gerne die ganzen anderen Videos ab, oben rechts auf das i klicken und dann würde ich sagen starten wir mal direkt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.